Ja, hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin heute ganz alleine ohne meine Teamkolleginnen und Teamkollegen, weil ich einfach eine persönliche Frage an euch habe. Und zwar die abgelaufene Saison 23-24. Da würde ich ganz gerne von euch wissen, wer die beste Torhüterin war, die beste Abwehrspielerin, die beste Mittelfeldspielerin und Stürmerin. Dann ein Überraschungsteam eurer Meinung nach. Ein Team, was euch enttäuscht hat. Ja, und was auch immer wieder auflockt in den ganzen Diskussionen. Wie habt ihr die Schiedsrichterleistungen im ersten Halbjahr vielleicht gesehen und dann nach der Schälfte von Nürnberg vielleicht in der zweiten Halbserie? Das vielleicht so ein bisschen abwägen und vielleicht ein bisschen vergleichen. Und die Kommentare würde mich freuen, wenn ihr die bei YouTube einstellt. Vielleicht kommen wir da in eine gewisse Diskussion, können das Ganze mal von der anderen Seite aufziehen, dass wir nicht immer die ganzen Sachen rüberbringen, sondern vielleicht mal die Aktionen dann auch von euch kommen. Vielen herzlichen Dank. Dann bis nachher. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.